Hol dir deine Macht zurück ist ein gratis Eintages-Workshop am 17.02. online via Zoom, an dem du erfährst, wie machtvoll und wie kraftvoll du bist, wenn du deine Macht nicht an einen Seinszustand abgibst, der dich entmächtigt, der dir das Gefühl gibt, du bist ausgeliefert, der dir das Gefühl gibt, äußere Umstände haben irgendeinen Einfluss auf die Kreation von dem, was du für dich haben willst. Sei es Reichtum, sei es Geld, sei es eine fantastische Liebesbeziehung, sei es bedeutsame Beziehungen mit anderen Menschen, Freunden und Bekannten, alles bist du, alles liegt in dir begraben, vergraben und deswegen ist es so, so wichtig, dass du weißt, wo es ist, wie du diese Kraft, wie du diese Power ausgraben kannst und dafür einsetzen kannst, dass das Leben sich dir so zeigt, wie du es haben möchtest. Melde dich jetzt unbedingt an, verpasse diesen gratis Workshop nicht, denn auch diesen werde ich hinterher verkaufen, genauso wie der New Secret, den du immer noch auf meiner Homepage mywellfeeling.com für dich ergattern kannst. Es ist einer der besten Investments, die du jemals tun kannst.